Gartensound dekorieren Für eine schöne, interessante und einzigartige Deko sind nicht immer ausgefallte Werkzeuge oder teure Baustoffe erforderlich. Manchmal braucht es nur Einfallsreichtum und geschickte Hände. Die Aufgabe dieses Handwerkers ist es, die Wand mit den grundlegendsten Werkzeugen und Materialien zu dekorieren. Wir wollen nicht spoilern, können aber festhalten, er hat diese Aufgabe mehr als professionell gemeistert. Die Arbeit beginnt mit der Vorbereitung. Zunächst wird der Putz gemischt. Dieser besteht aus Zement und Sand. Sie werden in einem Verhältnis von ungefähr 1 zu 4 kombiniert. Die Zusammensetzung ist billig. Gleichzeitig wird die Oberfläche, auf die dieser Putz aufgetragen wird, äußerst langlebig sein. Traditionell werden solche Mischungen verwendet, um Wände zu glätten, denn diese Mischungen können etwa Gemängel verstecken. In diesem Fall ist eine gut geglättete Wand aber nicht der einzige Grund. Das Material, solange es nicht ausgetrocknet ist, ist nämlich weich genug, um auf dieser Oberfläche aufgetragen zu werden. Der Handwerker verwendet einen Holzbalken als Linealen sowie ein Messer. Dies ist vielleicht eine der schwierigsten Phasen der Dekoration. Vom Handwerker sind Genauigkeit und Ausdauer erforderlich, da alle Linien des zukünftigen Musters gerade und gleichmäßig sein sollten. Das gewünschte Muster ist ein diagonal angeordnetes Mauerwerk. Damit das Muster ordentlich aussieht, kratzt der Handwerker den überschüssigen Putz heraus. So fügt ihr der Wand Volumen hinzu und lässt die Nähte zwischen den improvisierten Ziegeln natürlicher aussehen. Treppe bauen Wenn ihr denkt, es sei unmöglich, euch mit einer Treppe zu überraschen, dann liegt ihr falsch. In diesem Video handelt es sich um eine Wangentreppe. Die Wangentreppe ist der Allrounder unter den Massivholztreppen. Merkmal einer Wangentreppe sind die beiden Wangen, welche die Treppe als tragende Elemente an den Seiten begrenzen. In diesem Fall gibt es nur eine Wange, sie befindet sich in der Mitte. Die Position ist am optimalsten, da die Stufen gleichmäßig belastet werden. Diese Bauart ist nicht allzu verbreitet, daher ist die Idee ziemlich originell. Zuerst montiert der Handwerker einen Rahmen aus Holzbrettern. Anschließend wird eine Verstärkung im Inneren angebracht, die der Struktur zusätzliche Festigkeit verleiht. Schließlich wird der Rahmen mit einer Zementmischung gegossen. Wenn das Material fest ist und der Holzrahmen entfernt wird, erhält man eine starke, haltbare und schöne Treppe. Decke abhängen In der Baubranche gibt es viele unterschiedliche Baustoffe und Techniken, um eine Decke nachzubearbeiten. Sie unterscheiden sich je nach Preis, Komplexität und Zuverlässigkeit. Die Option, die wir jetzt zeigen möchten, wird auf der ganzen Welt eingesetzt. Sie ist nicht besonders schwierig. Die Probleme können nur in der Planungsphase auftreten. Schließlich muss man einen Plan zeichnen und dann verstehen, wie und wo die Grundleitung montiert werden sollte. Der nächste Schritt, bei dem die Arbeiter vorsichtig, aufmerksam und konsequent sein müssen, besteht darin, die Idee umzusetzen. Professionelle Handwerker benutzen eine Wasserwaage, Maßbänder und Markierungsfäden. Die Grundleitung wird aus Aluminiumprofilen gebaut. Der Vorteil dieses Materials ist dessen einfache Handhabung. Um einem Metallelement die gewünschte Länge zu verleihen, wird das Unnötige mit einer Zange abgeschnitten. Wenn die Grundleitung fertig ist, werden die vorbereiteten Gipsplatten auf die gewünschte Größe zugeschnitten und dann montiert. Die Vorteile dieser Methode liegen in der Umweltfreundlichkeit und dem erschwinglichen Preis. Auch für eine in die Decke eingelassene Beleuchtung ist eine abgehängte Decke eine gute Basis. Die Kabel sind einfach hinter der Deckenverkleidung zu verbergen. Klinkerriemchen kleben Klinkerriemchen sind grobkeramische Erzeugnisse, die aus dem natürlichen Rohstoffton geformt und gebrannt werden. Klinkerriemchen sind dünner als herkömmliche Klinkerziegel. Sie werden mit Mörtel als Deckschicht an die Fassade geklebt. Die Klinkerriemchen können aufgrund ihres relativ geringen Gewichts nahezu überall angebracht werden. Gebrannter Ton ist ein sehr haltbares Material, das sich durch geringe Wasseraufnahme, gute Frostbeständigkeit und Verschleißfestigkeit auszeichnet. Klinke und Klinkerriemchen verleihen Gebäuden seit jeher einen robusten und wertbeständigen Charakter. Der einzige Nachteil ist womöglich der lange Arbeitsvorgang, da jedes Element einzeln an der Wand befestigt wird. Darüber hinaus muss der Handwerker auch darauf achten, dass die Fugen zwischen den Elementen gleichbreit sind. Der hier gezeigte Handwerker verwendet einen speziellen Verlegeraster. Dieser wird an die Wand gedrückt und markiert die richtigen Stellen für die Klinkerriemchen. Wenn der Verlegeraster von der Wand entfernt wird, erhält man eine perfekt glatte, saubere Oberfläche. Die Schablone ermöglicht eine beispiellose Produktivität. Auf diese Weise hat der Handwerker in nur 5 Stunden 12 Quadratmeter Klinker an der Wand befestigt. Außenwände dämmen Bei diesem Vorgang werden die Außenwände eines Hauses gedämmt. Der Baustoff, welcher für diese Zwecke verwendet wird, heißt Grafit-Polystyrol. Dies ist ein modernes, umweltfreundliches Material, das sich ideal zur Wärmedämmung eignet. Es kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn ein Gebäude einer erhöhten mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist. Oder auch bei zu hoher Luftfeuchtigkeit. Das Material hat eine hohe Steifigkeit. Diese Qualität verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Gleichzeitig ist expandiertes Polystyrol so flexibel, dass man ihm auf Wunsch die gewünschte Form verleihen kann. Das überschüssige Material wird einfach mit einer normalen Säge entfernt. Ein weiteres interessantes Merkmal des Baustoffes ist eine geringe Wasseraufnahme. Expandiertes Polystyrol absorbiert im Vergleich zu herkömmlichem Polystyrol-Schaum neunmal weniger Wasser. Darüber hinaus ist das Material fäulnisresistent und wird nicht von schädlichen Mikroorganismen angegriffen. Eine 300 mm dicke Wand benötigt für die optimale Isolierung eine 40 mm breite Polystyrol-Schicht. Das Verlegeprinzip erinnert übrigens ein wenig an das Verlegen von normalen Betonblöcken. Die Elemente werden mit Hilfe einer speziellen Zusammensetzung miteinander verbunden. Diese lässt keine Hitze oder Kälte durch die Fugen durchsickern. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.